viele die die islam weitergeben zum beispiel damit aufgewachsen sind die geben das weiter wie die das von den eltern bekommen haben was ich als tipp gebe bitte erzieht eure kinder nicht mit der koran ohne zu wissen was du da liest stehen da sachen was nicht für die ohren für den kindern sind zum beispiel das hat ein kind nicht zu hören das heißt ihr müsst euren vagina schützen das braucht ein kind nicht wissen okay das ist das einzige und wenn die mütter die die koran erst mal selber wissen was es bedeutet dann kann sie selber entscheiden ob sie das weiter gibt an ihre kindern oder nicht und ich weiß als mutter und ich weiß als frau sobald du weißt und was das alles bedeutet gibst du es auch nicht weiter und so werden wir viel friedlicher viel freier miteinander viel schöner mit einander leben und akzeptieren wir einander genauso wie die sind mit den guten mit den schlechten seiten weil wir sind alle nicht perfekt bravo ich danke dir dass du kannst ruhig bleiben jammer du kannst ruhig bleiben deine deine gedanken sind sehr wertvoll warum ich diesen stream überhaupt ins leben rufe ist islam kritikern skeptikern religionskritiker eine plattform zu bieten weil tik tok ist hat ist gut übernommen worden durch muslime auf da überall da wo tik tok funktioniert und deswegen müssen wir eine gegenstimme aufbauen und ich habe jetzt auch den war mann hier drin der war mann kommt aus irak kurdistan und ist auch ex muslim grüß dich war man es geht alles glaube ich danke für mein lieber was sagst du zu dem was jammer gesagt hat ja ich habe ich bin jetzt eigentlich gerade eben reingekommen und das was ich jetzt von ihr gehört habe war wirklich auch richtig eben das mit dem kind da stehen sachen drin was kindern was kinder nicht hören sollen lesen sollen stimmt schon ja auf jeden fall die hat recht und danke auch alle in den text super lieber reaktionen ich gucke auch eigentlich nur zu positiven reaktionen weil ich das brauche in meine energie und dankeschön für ex muslima und bist du jetzt religiös oder nein bin ich nicht ich glaube in die menschheit in den in den lieben von den menschen sobald wir wirklich ich glaube schon dass wir irgendwann die 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 zukunft erreichen dass wir diesen glauben und alles zur seite stehen können und miteinander ganz in ruhe in leben genießen können ja das das war ich schon mit der mit meiner zweiflung oder aber aber seit wann also wann war das circa so du bist ja auch noch jung nämlich mal anderthalb jahr zurück jetzt zwei jahr jetzt okay und darf ich fragen also wer hat dich da inspiriert also hast du dir zum beispiel von irgendwelchen bestimmten leuten videos angesehen die also ich glaube ich die geschichte war sehr emotional die sie gerade erzählt noch mal erzählen möchte weiß ich nicht alles gut alles genau ich will mal eine geschichte erzählen die mit 2009 10 passiert ist ich habe mit einem mit einer syrischen jungen frau telefoniert die sich zwei jahre nach meinem islam ausstieg an mich gewendet hat und meinte sie hatte einen tyrannischen ex ehemann der sie nicht scheiden lässt er hat auch schon in der familie gegründet und kinder gemacht aber der wollte halt seine frau nicht scheiden lassen und jeder weiß dass das scheidungsrecht liegt ausschließlich beim mann und wenn ein mann seine frau nicht scheiden lässt kann eine frau im islam nicht mehr neu heiraten und sie hatte mit mir am telefon gesprochen und auf einmal höre ich irgendwie so ein geräusch ja so und dann war aus und vorbei und die die verbindung war abgebrochen und tage später habe ich einen anruf von ihr bekommen sie wurde während des telefonats mit mir wurde hat ihr ehemann ihr aufgelauert und hat sie ohnmächtig geschlagen in hamburg straße vor was für ein bastard man direkt 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 und da hat sie angerufen und dann hat sie mir so ein blaues auge gezeigt direkt bei ihm während ich mit ihr gesprochen habe wurde sie ausgenockt von ihrem ehemann das ist die realität und das ist ein dreckiger dass ich keinen schutz von meiner geschwester bekommen habe ich bin die moschee gegangen ich bin zu imams gegangen ich bin zu gesellschaften gesellschaft sind gegangen zu schwestern die krebs tragen und kauftücher und zu mecker gehen und zurückkommen ich habe die alles mein alles was ich mit meinen fragen habe ich gefragt um hilfe ich das ist doch nicht normal hilfe und weißt du was die als antwort sagen da musst du zum gericht gehen da musst du zu deutschen gehen da musst du zu kupfer gehen da musst du dahin gehen wir können nicht helfen das einzige was wir helfen können wenn du gold hast kannst du eine moschee das beschenken spenden okay aber was anderes machen die nicht oder die sagen ich mach du auch für dich das hat man auch oft oder noch du hast du hast aber was soll ich mit sogar immer oder immer in schaden immer in schaden egal was sie ist in schaden wir schon wenn wir hier kennen nur eine sache hier gibt es so leute die scheiben geschichten aus dem paulana garten waren die dabei oder wart ihr dabei dass sie das jetzt beurteilen könnt ja das sind das sind schon mal dieses verhalten von muslime verstehe ich sehr gut in meiner 30 jährigen karriere als muslim habe ich hätte ich jammer eiskalt als lügnerin abgestempelt warum weil in meiner bubble in meiner echokammer existierten menschen wie jammer nicht der ist haben war so schön so perfekt dass jammer entweder nur von den zionisten bezahlt wurden werden konnte oder sie wurde vom verfassungsschutz bezahlt oder vom cia oder sie ist eine lügnerin oder sie waren nicht muslim und so weiter und so fort ich habe viele gute gründe gefunden menschen damals die den islam kritisiert haben schlecht zu reden und in diesem syndrom befinden sich auch die muslime sie können sich nicht vorstellen dass es menschen wie jammer überhaupt da draußen gibt oder menschen wie mich und deswegen sagen sie kehren schreiben sie mich immer an unseren kehren wie viel bekommst du von mossad bezahlt oder wie viel bezahlt man dir damit du das hier alles raus haust das ist es diese kognitive dissonanz dass es außerhalb der islamischen bubble wirklich probleme gibt dass es innerhalb des islam probleme gibt die menschen veranlasst haben den islam zu verlassen das kommt ihnen nie in den sinn nie in den sinn und deswegen verabscheuen sie menschen wie uns und übrigens jammer und ich und der war mann wir sind die wir sind die größten feinde der 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 muslime weil wir löcher in ihre narrativen weil wir die gewähren die wahrheit kennen und wir nennen uns nennen und sie nennen uns murtaddeen abdrücken im endeffekt kriegen wir alle eine brände rüstung an und kommen die hölle und dann kommt mentor ok ich bin dran ja gut ich wollte eigentlich sagen ja im endeffekt kommen wir alle in die hölle uns erwartet alle die gleiche strafe das ist eigentlich nur ein spiel mit der angst es wird dauernd angst geschürt man wird von einer labe straf das gericht kommt du kommst in die hölle du wirst brennen und wenn man das im kind schon von klein auf erzählt ich meine was soll man da groß erwarten und ja absolut mentor gern du als jetzt islam kritiker sage ich oder oder als als aussteiger darfst du in dein land aus ausreisen oder einreisen oder urlaub machen es gab es gab natürlich darf ich meinen ich in ein also ich wurde angeschwärzt von einigen ich bin ja schiete gewesen und mir wurde gesagt wir haben dich bei der iranischen botschaft verfiffen und wenn du nach den in die in die botschaft reinkommt dann wirst du dort verhaftet und dann abgeführt oder du wirst im iran dann verhaftet sobald du iranischen boden betritt deswegen kann ich jetzt so erstmal höchstwahrscheinlich kommst du ins gefängnis oder wirst umgebracht würde ich also da sie wenn ich ein kleiner fisch bin dann lassen sie mich vielleicht dadurch ja ich bin ja kann jetzt keiner der gegen die islamische republik iran kämpft aber hier die hier kämen dir dann warst du nie ein muslim als vier wir haben hier einen kommentator in dem im chat der sagte als schiete bist du sowieso nie muslim gewesen er ist mit diesem tag wir in meine nicht religiöse livestream kommen sie machen deswegen wie wie soll der islam ein garant für frieden sein wenn sie untereinander nicht mal frieden schaffen können und dann kommt ihr hier und macht der tag quer auf mich es ist mir völlig egal mein lieber freund ob du mich als schiite sie ist 380 millionen oder 450 millionen schäden sehen auch die sunniten nicht als als muslime an kämpft und in den europäischen gefilten genau geht zurück in die islamischen welt und löscht euch das aus ihr werdet kein verlust für uns sein kein mal holen und er wollte ich mal öffentlich dazu äußern soll mein kammer hochkommen wenn habe ich traut meinten ja genau kann er kommen er kann gerne kommen wir behandeln ihn hier fair es ist keine muslimische plattform deswegen sind wir hier fair liebe leute hier werden nur tatsachen gesprochen leute wir wollen nichts schlechtes von euch er kann gerne durch von herzen geschäften genau wenn auch den gästen oder irgendeiner der die geschichte anzweifelt müssen wir freuen wenn er noch trau richtig kann er gerne kommen ich habe moment wir kriegen hier moment schaue ich mal es gibt hier viele leute ja er kommt jetzt hoch gut so mein freund erst gleich da ja bitteschön gut dass du gekommen bist alles klar servus wüsste ich ich habe erst mal ein paar wörter zu jammer richtig hallo du hast ja gesagt achte auf deine wortwahl ja ja wir werden wir sind ja alle höflich wir werden ich bin ja ein ganz höflicher mensch okay jammer du sagst du hast probleme mit deinem ex mann und bist in die moschee und so gegangen und der imam hat dir geraten das habe ich nicht gesagt das war in seinen augen kein problem gewesen das war mein problem das war in seinen augen kein islamisch gesehen ist das kein problem aber du hast doch gesagt ich erkläre es dir ganz in ruhe ich fand das ein problem dass mein mann zu mir kommt und sagt ich muss dir mit ihr das beteiligen und ich hatte keinen bock und er kommt dann mit er hat die zu mir und sagt doch du musst das machen weil wenn du das nicht machst dann kommen die engel und spucken über dich und darf ich bitte reden und dann kannst du wieder reden können die gebeten werden nicht hochgehen also deine und ich war sehr ich bin ich war eine sehr religiöse frau meine gebeten werden nicht hochgehen und alles bis ich nicht mehr sauer bin wird so bleiben und das hat mir weh getan ich habe dann das gemacht was er verlangt hat obwohl ich kein bock hatte weil ich angst hatte für meinen gott für meinen engeln was ich nicht machen wollte weil ich auch ins paradies kommen will warte mal vielleicht habe ich ja den falschen chat gehört aber ich habe vorhin von dir verstanden dass du gesagt hast du hast hilfe in moscheen und bei islamischen ich bin ich bin genau imam gegangen sie haben zu polizei geht zu einrichter das haben wir doch gut gesagt das ist doch nicht das ist falsch finde ich jetzt brauchen wir doch ich finde es falsch dass mein imam mir mein recht geben soll von den der mir normalerweise mein recht geben soll der mir zufriedenheit geben soll mir gesagt hat das ist wahr dein mann hat recht aber wenn du deine eigene sachen machen willst wenn du die teufel in dir sprechen lassen willst da kannst du zu die kuffar gehen haben die gesagt und da haben die recht die ja genau wie du gesagt hast also jetzt in deutschland oder nicht gelmendi ich glaube sie ist gegangen zu den mann mal auf die frage ich glaube ganz kurz ich glaube sie ist gegangen mit schriften zu zu die gelehrten und hat gefragt wie könnte mich hätten wir helfen das und da steht drinnen ich glaube sie haben sie auch fragt eben okay wie einer nach dem anderen bitte das wie wichtig sonst muss ich leider stumm schalten oder entfernen das ist wichtig dass wir eine struktur reinbringen sie hat sich nicht dass es ausatmet in einem verhör kämen halte dich ein bisschen so an die diskussionskultur und versucht nicht sie ich weiß schon wo in welche richtung das wieder geht das klingt so ein bisschen nach ich werde dir schon ich erwischen dabei wie du die die das problem dass du hast künstlich auf sie nein das ist nicht ich glaube ich glaube ich glaube dass er sich eher darüber gewundert hat darf sie ein problem mit im islam hat und dann beim islam kein problem kann ich glaube das meint er aber ich habe immer auch mein prophet liebt ich habe ich sehe mein prophet ganz anders als was in der bücher geschrieben wird nein 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 das will ich nur mal sagen also jemanden keiner redet jetzt außer jammer hör mal ich habe nie dann islam gehasst ich bin islamisch aufgewachsen ich habe meinen den geliebt ich habe islamisch geheiratet ich habe nie ein freund gehabt ich bin nie ausgegangen ich habe nie geraucht ich habe nie viele freundinnen gehabt ich bin nie zu jemanden zu hause gegangen und habe da geschlafen ich war immer gut mit meiner familie wir hatten immer spaß wir waren immer auch nur mit frauen war hatten wir immer spaß wir hatten immer alle kopftücher wir hatten alle das gleiche bei mir in meiner familie habe ich mich nicht falsch gefühlt oder nicht richtig ich habe meinen glauben immer so getan gemacht mit liebe ich habe das immer gemacht mit liebe bis ich auf punkten in mein leben gekommen bin wo ich gedacht habe okay das kann doch nicht hell sein weil das kommt auch für mich auf den gleichen punkt dass das hat keinen sinn und so habe ich fragen kreiert und so habe ich die fragen erst mal mit e-mails besprochen und gefragt mit leute in meiner umgebung mit frauen vor allem nicht mit männer also mit frauen das habe ich gemacht also bitte ich bin nicht so einer der im leben immer so immer ausgegangen ist oder ich möchte gerne freunde habe oder keine ahnung ich war ein ganz aber warum sollst du das nicht ausleben warum sollst du nicht das hat mich nicht nein erstens das hat mich nicht interessiert mentor mentor das hat mich nicht interessiert es ist wichtig es ist wichtig es gibt auch deutsche mädchen oder niederländische mädchen womit ich aufgewachsen bin die noch nie geraucht haben und die noch nie ein mini angezogen haben also das hat nichts damit zu tun weil das hat man sie eine rocke anziehen und rauchen das hat nichts damit zu tun ich liebe auch wenn ich das sehe bei frauen die schön angezogen sind auch wenn die viele klamotten anziehen und kein haut zeigen ich das hat nichts damit zu tun es geht ums prinzip hier okay kann ich jetzt mal ich muss mal kurz hinein krätschen kermin du hast gesagt und und ich das kannst du gerne noch mal wieder holen da bist du fest davon ausgegangen schäden waren sowieso keine sind überhaupt keine muslime richtig gas schäden sind für mich sowie zeugen jehovas keine christen sind für mich schäden keine muslime ja genau das heißt also du hast jetzt gerade tag 4 gemacht aus 450 millionen schäden denn es ist ja völlig uninteressant wie viele sind ich will damit sagen ich will damit sagen dass du menschen die fest daran glauben dass es keinen gott gibt außer allah dass muhammad der prophet ist dass du deren glaubensbekenntnis in frage stellst ja gut ja schon wo die probleme liegen du merkst schon wo die probleme liegen wenn du soll wenn du so ein zeugnis abgibst das ist das eine religion kann nicht der garant für frieden sein wenn er 450 millionen gläubige mitgläubigen den glaube abspricht nur weil du persönlich ein problem hast dass sie ali als ihren rechtmäßigen führer anerkennen und du abu bakar oder die vier recht geleiteten khalifa insgesamt dürfte ich was sagen es geht es geht es geht im schiedentum geht es ja viel eher auch um die götzendienerei die die ihr betreibt zum beispiel im iran nicht ihr ich bin kein schiede gelmendi gelmendi ich habe eine frage du hast ein foto mit den albanischen sagen wir mal eine albanischen alten tracht ja wie ist der islam bis in albanie gekommen mein freund ja genauso wie das christentum wie hast du eine ahnung oder redest du ohne wissen da denkst du das christentum ist mit bonbons nach albanien gekommen ist der christentum überall aber lassen wir das ja genau die römer haben die die germanin haben die römer mit bonbons das alles kannst du nicht auf jesus beziehen aber ich kann auf den profeten beziehen dass der islam sich mit schwert bis in mein land albanien gekommen ist verstehst du junge ja genau genauso wie die römer gekommen sind und die römer gekommen sind und da ist es interessant warum ist es interessant Junge, dieser Islamer, das ist interessant. Stopp, 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 stopp. Wenn alle durcheinander reden, kriegen wir das mit und dann wird es völlig unattraktiv, hier zuzuschauen. Kian, Kian, ich warte den ganzen Zeit lang. Ich will das nicht in eine christlich-muslimische Diskussion. Ja, besser nicht, weil alle beiden Religionen sind mit Schwert zu anderen Leuten gegangen und haben die aufgefordert der Religion. Aber der einzige Religion, dass der Gott die Leute beschenkt mit einem Himmel, mit Hur al-Ain, das ist nur der Islam. Genau. Keine einzige Religion auf der Erde gibt Geschenken von dem Gott an die Leute, die sich selber explodieren oder mürden, um noch braun zu bekommen. Ja, ich weiß, Islam, Allah verspricht uns Puff mit 72 Jungfrauen, das weiss ich schon. Aber, wie gesagt, ich habe nur noch was zu sagen. Wir können nicht auf Jesus irgendwas berufen und sagen, Jesus hat uns das beigebracht, jetzt mit Schwert Christentum verbreiten. Okay, das will ich sagen. Aber der Islam sagt das. Okay, das sind zwei Paar Schuhen, Leute. Okay, wie gesagt, ich möchte diese christlich-muslimischen Debatten unterbrechen, weil es gibt genug, genug intellektuelle Probleme innerhalb des Islam, ohne dass man eine andere Religion zur Hilfe herbeiziehen muss, um den Islam zu entlarven. Und deswegen ist es auch mal so problematisch, wenn Ex-Muslime Christen werden, weil sie dann anfangen, gegen eine Fantasiereligion zu schießen, während sie selber einer Religion angehören, die viele intellektuelle Probleme hat. Bin ich mit einig, danke. Das ist eine säkulare Plattform und ich möchte hier keine christlich-muslimischen Schlachtfelder erzeugen. Ich respektiere das. Ich respektiere deine Entscheidung. Das ist ganz viel. Und wer wirklich darüber debattieren möchte, da gibt es wieder LockerTV, der debattiert immer mit Muslimen, Christen, mit Muslimen. Ja, aber du, das regt mich auch, wenn jemand sagt, der keine Ahnung hat, ja, das Christentum hat auch dasselbe gemacht. Kennen wir die, das ist ja öfters bei WiederlockerTV. Also ihr könnt ja rüber reden, wir öfter reden. Also egal, jetzt in der heutigen Zeit, wie wir sagen, es kommt, es ist wichtig, jetzt, wie wir wieder loswerden oder damit umgehen. Darüber sollten wir mehr reden, weil das die Probleme sind, die wir jetzt lösen müssen. Und nicht, wann der gekommen ist, können wir irgendwann klären. Seit einigen tausend Jahren streiten sich die Religionsgemeinschaften über die Wahrhaftigkeit ihres Charakters. Und wir werden das heute in diesem Stream nicht lösen. Aber was wir heute tatsächlich haben, ist zum Beispiel eine Frau, die hier ist, die uns aus dem Epizentrum des Islam berichtet. Und wir haben heute einen Muslim hier, der einfach mal über 450 Millionen Schiiten den Unglaube ausspricht. Das ist sehr symptomatisch für diese Religion. Und deswegen kann der Islam auch kein Garant für Frieden sein, wenn er solche Gedanken erzeugt. Und das kommt alles aus dem Koran. Der Koran setzt den Nährboden dafür. Mohammed sagt, oh, schaut euch mal an, was für eine eigenartige Religion der Islam ist. Mohammed sagt, meine Oma wird sich in über 70 Sekten zerlegen. Mohammed hatte komplett Unrecht damit. Es sind nicht 72 Richtungen, in der sich der Islam zerlegt hat, sondern hunderte von Richtungen, in der sich mittlerweile der Islam zerlegt hat. Und jeder, der jetzt ein Wahhabi wird oder ein Salafi oder ein Diobandi oder ein Nacktbandi oder ein Bektashi oder ein Ahmadiy wird oder ein Bahai wird, der spielt faktisch innerhalb dieser Religion, spielt er Russisch Roulette. Weil jedes Mal, wenn jemand Schiite wird, dann hat er jetzt schon innerhalb des Islam so eine große Gruppe gegen sich, nämlich die Sunniten. Und wenn jemand Sunnite wird, dann ist er automatisch ziemlich, dann ist er bei den Schiiten nicht besonders gut angesehen. Und das ist das Problem mit dieser Religion. Sie kann nicht für Frieden sorgen, weil der Koran an sich kein Friedensbuch ist. Islam bedeutet ja auch nicht Frieden. Der Friede, den die Muslime uns immer wieder verkaufen, gilt nur für die muslimische Gemeinschaft. Wenn Muslime sagen, Islam bedeutet Frieden, dann meinen sie damit innerhalb der islamischen Welt. Aber nach außen hin bedeutet es Darulhab, bedeutet es Kriegszustellung. Genau, Vergewaltigungen, Bedrohlinie, vergesst das nicht. Islam bedeutet ja nicht Hingabe, oder? Islam bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung, genau. Salam bedeutet. Und bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung. Und das Wort Salam, auf das Muslime immer so bestehen, oh, Islam ist Salam. Das gilt nur für Muslime. Als Moses zum Pharao gegangen ist, als Moses zum Pharao gegangen ist. Wie hat er den Pharao begrüßt? Er hat den Pharao begrüßt mit dem Satz, Friede auf dem, der der Rechtleitung folgt. Das heißt, in Umkehrschluss, wenn du nicht der Rechtleitung folgst, gibt es auch keinen Salam für dich. Und deswegen grüßen Muslime, Nicht-Muslime auch nicht mit dem Salam. Denn wenn heute Nicht-Muslime einen Muslim sagen, Salam alaikum, dann sagt der Muslim, Wa alaik, auch auf dich. Weil er nicht mal grüßen darf mit dem Salam. Weil der Salam ist spezifisch innerislamisch angewiesen. Man sieht das ja auch bei den Videos, wenn zum Beispiel Pia Vogel oder andere irgendwo einen Vortrag halten, dann sagen sie Salam alaikum an die Muslime und ein Hallo an alle Nicht-Muslime. Ja, man. Genau. Ich habe das in meiner muslimischen Zeit auch immer gesagt. So was entschämt. In meiner muslimischen Zeit habe ich das so gemacht, ich habe, wenn nette Deutsche zu mir gekommen sind, haben gesagt, hey, interessant, erzähl mal ein bisschen was über Islam. Salam alaikum. Dann habe ich gesagt, Wa alaik. Und dann kommt noch diese islamische Propaganda dazu, dass die Juden, wenn sie die Muslime grüßen, Assam alaikum sagen, der Gift sei auf dich. Und deswegen, wenn du das von Juden hast, dass sie auch den Gruß nicht an Nicht-Muslime entrichten dürfen, weil sie immer im Hintergrund haben, dass Nichtgläubige keine gute Absicht haben, wenn sie Muslime grüßen. Mit dem Salam alaikum. Ah ja, Kian, eine Frage. Das wollte ich dich mal fragen, ob du das vielleicht wärst. Oder vielleicht Kelmenli, du bist ja hier ein, stehst ja hier für den Islam und du willst auch einiges wissen. Stimmt das, dass Christen deshalb nicht im selben Friedhof liegen mit den Muslimen, weil angeblich die Muslime die Christen im Grab freien hören, weil sie in der Hölle kommen oder irgend sowas? Ist das richtig? Also, es gibt verschiedene Überlieferungen in den sechs Büchern der Sunniten. Und eines der Überlieferungen ist zum Beispiel, dass wer in der Nähe eines Christen begraben wird, gehört zu ihm. Das fängt schon an, dass Mohammed gesagt hat, wer sich wie ein Christ anzieht, der ist ein Christ und der wird nicht mit den Muslimen auferstehen. Oder wer sich den Bart wie ein Jude wachsen lässt, der wird mit den Juden auferstehen. Mohammed hat immer versucht, eine Unterscheidung zu allen anderen Religionsgemeinschaften anzustreben. Und deswegen wollte er auch nicht, dass die Muslime sich den Bart so unkontrolliert über den Mund wachsen lassen wie die Juden. Oder dass die Muslime nicht bei den Christen essen sollen, weil sie die Halal-Vorschlüften nicht kennen. Und sie sollen bei den Juden nicht schlafen, weil die Juden heimtückisch sind und sie ermorden können. Mohammed hat eine enorme Unterscheidung angestrebt zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Deswegen ist es auch eine Farce zu sagen, wir tolerieren die Christen und die Juden. Nein, der Islam toleriert sie überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Er duldet sie, weil sie irgendwie zur Ahle-Kitao kommen. Weil die kein Gesetz haben. Die sind nicht stark. Die sind auch nicht in Mehrheit. Die haben keinen Staat, weil Europa führt jetzt die Leitung. Europa und Amerika und Russland, die haben das Sagen. Wenn die was sagen, was gegen denen ist, dann sind die weg. Die können das nicht. Also dann darf man in dieser Situation, darf man mit euch leben. Aber sobald die das Hand haben, dann müssen die Christen und Juden zahlen. Und der, der nicht zahlen kann, muss entweder Moslem werden oder wird getötet. Und die Frauen werden vergewaltigt. Die Schutzsteuer war ja viel weniger als die Steuern, die die Muslime zahlen mussten. Das ist dann immer zu hören. Das ist natürlich auch Blödsinn, weil das ein Leben in Verdrückung ist. Aber einer, einer, Xyfy redet jetzt. Xyfy redet jetzt. Ja, nee, das war es schon. Okay. Dass man immer von Muslimen kommt, wenn man das Argument mit der Schutzsteuer bringt, sagen dann immer... Wer redet jetzt? Wer redet jetzt? Äh, ich war das jetzt. Ah, Xyfy, dann bitte mach weiter. Mach weiter. Niemand anders will das bitte. Genau, das ist dann die Standard-Gegenargument der Muslime, dass sie dann behaupten, dass ihre eigene Steuer ja viel niedriger wäre als die Schutzsteuer. Äh, nee, Quatsch, dass die Schutzsteuer niedriger wäre als ihre eigene Steuer. Was natürlich nur ein Totschlagargument ist, weil es natürlich ein Leben... Also erst einmal, du hast vollkommen recht, nicht nur, dass die Schutzsteuer völlig absurd ist. Äh, wir sehen ja auch heute moderne Staatsgebilde. Und in modernen Staatsgebilden gibt es so etwas nicht mehr wie eine Scheidung nach Religion. Ja, äh, alleine, dass die Muslime damals diesen Gedanke gehabt haben, sie müssten die Christen, ähm, nur dulden, wenn sie die Jizia bezahlen. Und, ähm, dann bekämen sie auch Schutz. Das ist etwas, was jeder moderne Bürger heute bekommt, ohne dass er irgendeiner spezifischen Religion angehört. Das Zweite ist, dass die, äh, die Wimmis, also die Schutzbefohlenen, wie sie genannt werden, in der Terminologie der arabischen Sprache, dass diese Wimmis zum Beispiel bestimmte Privilegien nicht genossen, äh, äh, haben, damals in der Zeit Mohammeds und danach. Äh, ähm, Christen durften nicht zum Militärdienst. Christen durften nicht Herrführer werden. Christen durften auch nicht Khalif oder Sultan oder irgendein Führer einer der islamischen Oma werden. Allein das ist schon eine zutiefst, ähm, grobe Diskriminierung von Menschen, die im gleichen Staatsgebilde leben wie die Muslime. Was nützt es mir eigentlich, dass ich die Jizia bezahle, aber in dem Moment, wo ich die Steuer nicht bezahle, dann darf ich aus dem Land getrieben werden oder gezwungen werden, zu konvertieren oder getötet zu werden. Das heißt, die Christen, äh, die die Jizia dann nicht bezahlen, aus irgendeinem Grund auch immer, sind immer der Gefahr ausgesetzt, dass sie diesen drei Druckmitteln, äh, der islamischen Oma ausgesetzt sind. Und was ist das für eine sonderbare Religion, die so ein Konzept entwirft für, 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 für Christen und für Juden, die sich nicht an die Spielregeln halten? Ich hätte eine, 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 dass ich mal was sagen muss. Oder sag du. Kern, ich, ich hätte eine Frage an Kelmendi. Aber warte, warte doch mal, warte doch mal. Moment, 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 ich moderiere, Freunde. Äh, Sci-Fi, bitteschön. Sci-Fi, du hattest was gesagt, oder? Ich hab was gesagt, oder? Ich hab was gesagt. Wer, wer hat, wer hat gesprochen? Ich, Kelmendi. Ah, okay, ja, bitte. Kannst du, kannst du mir ein islamisches, äh, Land nennen, das die Schutzsteuer, äh, noch praktiziert? Gegenwärtig gibt's kein Land mehr, das die, äh, die Gizia, ähm, anwendet. Okay, dann hat's meine Frage auch schon erledigt. Äh, Kian. Ja. Wer fragt jetzt? Wer fragt? Philipp, Philipp. Okay, Philipp, go ahead. Ähm, er hat doch vorhin mit dem, äh, mit dem Friedhof was erwähnt, ne? War man, ich bin ja Friedhofsgärtner, und ich sehe das selber. Okay, interessant. Dass es tatsächlich so ist, war man, dass, äh, die, die muslimischen Gräbern, äh, weitaus von den, von den christlichen Gräbern liegen. Also, die sind in einer anderen Seite wie die, wie die christlichen Gräbern oder die, die, die jüdischen Gräbern oder was auch immer. Sie sind ganz weit auseinander entfernt, ne? Die mussten... Ja, Kelmendi, vielleicht kann du, kann Kelmendi was sagen. Dazu weißt du mehr darüber, Kelmendi, warum? Ja, ja, schaut mal, ich will euch mal ein Beispiel nennen. Und wenn Kelmendi sich gut auskennt, dann kann er mir ja sagen, wo wurde Osman ibn Khattab, der dritte Khalifa, beerdigt? Weiß ich nicht. Osman ibn Khattab, wenn du seine Geschichte studierst, er war so verhasst bei der Bevölkerung in Mekka, dass er außerhalb des muslimischen Friedhofs beerdigt ist. Deswegen ist Osman ibn Khattab, oder Osman ibn Khattab, ist nicht wie die anderen, ähm, zusammen mit den anderen Khalifa beerdigt worden, sondern er wurde außerhalb des muslimischen Friedhofs beerdigt. Und deswegen findest du sein Grab auch nicht in der Nähe der anderen Khalifa. Stimmt. Weil er so dermaßen viel Misswirtschaft und Vetternwirtschaft betrieben hat, dass schlussendlich die Bevölkerung von Mekka ihn umgebracht hat. Ja, ähm, und, ähm, nicht mal Ali und seine Söhne konnten die, die wütenden Meute davon abhalten, ihn zu ermorden. Deswegen wissen wir, so ist Osman ja auch umgekommen. Aber Osman wurde nicht mehr auf einem muslimischen Friedhof begraben, sondern auf einem christlichen Friedhof, weil sie wollten mit ihm, Entschuldigung, auf einem jüdischen Friedhof, weil sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten. Sie haben ihm faktisch den Glaube abgesprochen. Aber wurde er islamisch begraben? Ob er islamisch begraben ist, da gibt es gar keine richtigen Überlieferungen zu. Also Tatsache ist, dass er nicht, dass die, dass die, äh, Mekkaner nicht wollten, dass er in, auf einem muslimischen Friedhof begraben wird. Da gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich nicht nach muslimischen Friedhof begraben wird. Bitte? Aber, aber, was? Schöner Kommentar hier geschrieben gerade. Selbst als Leiche, Toter, spaltet der Islam noch. Absolut, absolut, vollkommen korrekt. Interessiert mich eigentlich, wo ihr schreibt, äh, redet über Gräber und so, weil vorhin auch Kelmen, die, äh, Schiha nicht bezeugt als, äh, Muslime, habe ich immer eine Frage gestellt, warum war, 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 war der Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, äh, drei Tage lang, obwohl er schon tot war, drei Tage lang einfach im Zimmer am Verrotten, obwohl Abu Bakr und Omar und keine Ahnung wer alles am Kämpfen seid, wer jetzt, äh, der Khalifa wird. Und der Heli ist der Einzige und der Herr Isha sind die Einzigen, der bei ihm war. Weil die anderen haben sich gestritten, die anderen haben sich über die, über die, über die Führerschaft gestritten. Und übrigens, eine Woche nach dem Tod des Propheten ist faktisch die gesamte Umma auseinandergefallen. Deswegen hat Abu Bakr in seinen kommenden Jahren auch die sogenannten Ridderkriege geführt, wo er versucht hat, Aber hier bezeugt man doch, dass der Koran eine Lüge ist. Dass die Russen, dass der Prophet nur gelabert hat. Richtig. Das kann nicht sein, dass ein, so eine geliebte Person, der wird so geliebt und das ist der Botschaft, der Letzte. Wie kann das sein, dass Allah die letzte Buch so verballert hat? Genau wie andere Bücher, die der gemacht hat. Und das ist der Letzte. Und das ist ja auch ein... Und mit seinem Hikmah. Also haben diese Kuffar, diese Wissenschaftler, diese Biologen, diese Kuffar, die Nichtgläubigen, die Philosophen, die haben mehr Hikmah als Allah, der Erschaffene. Das ist immer Kian, was mich so... Hä? Bin ich jetzt doof? Oder habe ich das nicht verstanden? Und dann, ja. Ja, ich meine, das zeigt es doch auch. Wie kann eine Religion ein interessantes Gesellschaftsmodell sein, wenn... Leute, könnt ihr eure Lautsprecher bitte stumm schalten? Leute, könnt ihr bitte eure Lautsprecher stumm schalten? Wie kann eine Religion der Garant für eine friedfertige Gesellschaft sein, wenn nach dem Tod des Propheten Mohammed, eine Woche nach dem Tod des Propheten, sind 16, laut den Hadith-Überlieferungen, 16 Männer in der arabischen Welt aufgestanden haben und gesagt, ich bin der neue Prophet Mohammed. 16. Dann fingen die großen Kriege an, die großen Schlachten, die Kamelschlacht zum Beispiel zwischen Aisha und Ali. Dann fingen die großen Kriege an zwischen den Muhajirun und den Ansar, den Ausgewanderten und die, die die Ausgewanderten empfangen haben. Blutige Kämpfe, wo Vater und Sohn sich auf dem gleichen Schlachtfeld gegenüber gestanden haben und sich bis zum Tod bekämpft haben, weil sie unterschiedlichen ideologischen Lagern angehört haben. Die einen waren Shiatul Muawiyah und die anderen waren Shiatul Ali. Die einen waren parteibezogen zur Muawiyah, die anderen zur Ali. Historisch gesehen auch bei den Sunniten ein Faktum. Ja, weshalb sie ja auch sagen, dass Muawiyah war genauso ein rechtschaffender Muslim, der Fehler gemacht hat, wie Ali in der Schlacht. Genau. Ja, und das sind die Probleme. Wie kann eine Religion, die all ihre Rechtsschullehrer ermordet hat, oder wie bei den Schiiten, sind alle ihre Imame ermordet worden. Wie kann so eine Religion überhaupt der Garant für Frieden in einer Gesellschaft sein, wenn der Islam blutig angefangen hat und dann blutig beendet ist. Und übrigens, als Mohammed Mekka erobert hat, da hat er gesagt, jeder bekommt Schutz. Ich werde niemanden abmurksen, niemanden umbringen in Mekka. Nur eine Gruppe werde ich nicht verschonen. Und das ist völlig egal, wie sehr die betteln. Und das sind die Islamkritiker, die, die mich verspottet haben, oder die, die laut über den Islam gesprochen haben. Verspottet, genau. Und das bedeutet, dass der Islam schon faktisch die Aggression gegen Islamkritiker in ihre Wiege gelegt hat, indem Mohammed angekündigt hat, tötet all die Islamkritiker und Frauen, die sich lustig gemacht haben, auf dem Markt und Gedichte über mich oder Allah oder den Islam ausgesprochen haben. Das Gleiche sehen wir heute. Wer Islamkritiker ist, der lebt in der Gefahr, dass er umgebracht werden kann. Seht euch an, was man mit Salman Rüchte gemacht hat. Schaut euch die Islamkritiker an, wie Mohammed Taha im Sudan, der versucht hat, die Scharia nicht zu verwurzeln im Sudan. Er wurde umgebracht. Schaut euch an, wie die Muslime mit Kulturgütern auf der Welt umgehen. Sie haben keinen Respekt. Schaut euch an, wie sie mit der mechanischen Gesellschaft umgegangen sind. Sie verlangen Respekt von uns. Muslime verlangen Respekt von uns. Sie sagen, oh, ihr müsst unsere Religion respektieren. Und wenn ihr immer ständig auf unsere Religion einhaut, dann ist es respektlos. Aber wie haben sich die Muslime verhalten, als sie Mekka erobert haben? Sie haben die vorislamischen Götter runtergeschmissen. Sie haben die Kultur der Christen und der Juden zerstört. Innerhalb von 23 Jahren waren Mekka und Medina Juden frei. Die Politisten waren verschwunden, die Leute, die mehrere Götter angebetet haben. Und dann war der Islam durchgesetzt. Das ist doch keine Toleranz, wenn die vorislamische Kultur der Mekkaner zerstört wird. Und übrigens, die vorislamische Kultur der Mekkaner war viel besser als die nachfolgende islamische Kultur. Die Frauen konnten sich von den Männern scheiden lassen. Khadija war das beste Beispiel. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie hatte drei Ehemänner, zwei oder drei Ehemänner gehabt. Und sie hat immer voll geerbt. Dann ist der Islam-Kultur gekommen. Khadija hat Mohammed um die Hand angebeten, sie zu heiraten und nicht umgekehrt. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und Mohammed war nichts. Er war ein Hürde, der den ganzen Tag in den Höhlen rumgegammelt hat. Und hat da über Gott nachgedacht. Das beweist, dass der Islam lügt über den Status der Frauen in der vorislamischen Zeit. Denn Khadija war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und wurde nicht gekauft und verkauft. Sahi. Hint. Die Ehefrau von Abu Sufjan. Sie war oberster Befehlshaber in der Armee von Hint und hat in der Schlacht von Ohud, glaube ich, hat sie die Armee angeführt. Wenn Frauen so einen schlechten Rang gehabt haben in der islamischen Welt, in der vorislamischen Welt, warum höre ich, lese ich nur Geschichten von erfolgreichen Frauen vor dem Islam? Und wer hat die Schlüssel zur Kaaba gehalten, bevor der Islam kam? Frauen. Weil die drei Hauptgötter der Araber waren drei weibliche Götter. Letz. Ja, und es gibt nur Anzeichen, dass die Araber, die vorislamischen Araber durchaus Respekt vor Frauen gehabt haben und dass dann der fehlende Respekt erst gekommen ist, als der Islam dann faktisch eingefallen ist auf die arabische Halbinsel. Genau. Und schöne Tradition, die Genitalverstündung hat Mohammed dann ja noch religiös legitimiert und einfach übernommen, damit er sich halt den Zuspruch der Bevölkerung sichern konnte, indem er die Tradition mitgenommen hat. Also schlechte Sachen übernehmen und die guten abschaffen in dem Sinne. Genau. Ich bin von Emesir, ich bin von Marokko, Norden, Emesir, Riff, wir hatten eine Königin, die hier. Wir hatten, wir, mein Ursprung ist gar kein Glauben, gar kein Glauben. Wir hatten, da einer hat eine Sonne angebeten, der andere ein Stein, der andere gar nichts. Wie unsere Frauen waren Königin, in unserer Sprache ist auch, Frau ist die Welt, so nennen wir sie. Und dann ist der Islam gekommen, hat unsere Frauen genommen, Mütter, Mädchen, alles verkauft und vergewaltigt und dann sind andere Muslime und dann ist der Islam so richtig reingepritscht werden. Und jetzt sind wir, wir dürfen nicht mal wissen, wir dürfen nicht mal wissen, was unsere Geschichte war, weil es tabu ist. Darf ich auch noch ergänzen, weil du Amasir gesagt hast, das wissen wir gar nicht. Viele Amasir sind auch jüdischer Herkunft, es gibt auch viele Juden unter den Amasir. Und du sprichst wahrscheinlich Schlö, wenn du... Rifi, ja, Rifi. Rifi, das ist ein anderer Dialekt als Schlö. Ja, stimmt. Ja, und die Amasir sind ein sehr freiheitsliebendes Volk, das im Grunde genommen in Nordafrika islamisiert wurde. Unsere Musik, unsere Kleidung, unser Make-up, unser Stil, unser... Alles haben die zu Haram erklärt. Alles, alles. Freunde, ich muss leider irgendjemanden von euch jetzt hier rausnehmen, weil ich habe die maximale Zahl an Leuten erreicht, die ich hochnehmen kann. Kian, gerne. Ich will nur noch kurz was fragen. Was ist der, was ist der Unterschied? Ich habe mal so ein Video gesehen, da war das mal so, dass die, wo die Kundgebung war, die Aleviten irgendwie richtig gehasst worden sind von denen, ich weiß nicht, von den Moslems bespuckt worden sind und alles. Was ist jetzt da der Unterschied? Was sind eigentlich diese, also Aleviten eigentlich? Ja, das Wort Ali, also das Wort Alevit oder Alevi kommt aus dem türkischen von Ali Evi, Alis Haus. Die Aleviten sind im Grunde genommen Ableger des Schiitentums, die irgendwann zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert aufgerieben worden sind zwischen dem Krieg von Shah Ismail und Yosotan Selem, also zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich. Und die Aleviten waren damals, es waren sehr viele Aleviten oder sehr viele Schiiten im Osmanischen Reich damals. Und als sie sich auf die Seite von Shah Ismail gestellt haben, also dem schiitischen sozusagen Führer der iranischen Welt, hat das Osmanische Reich beschlossen, die Aleviten streng zu verfolgen. Und die Aleviten haben sich dann in die Berge zurückgezogen und haben sich dort isoliert. Und mit der Zeit haben sie sich einen eigenen okkulten Glauben aufgebaut. Und in diesem okkulten Glauben spielen die zwölf Imame der Schiiten eine große Rolle. Und Ali ibn Abu Talib, der Schwiegersohn Mohammeds und der vierte Khalifa der Sunniten, der ist sozusagen die zentrale Figur des Alevitentums. Und die Aleviten waren eigentlich ursprünglich Schiiten, die sehr irannah waren. Und die türkischen Aleviten, ja, die wurden halt in diese Isolation getrieben. Und dann wurde ihr ganzes Glaubensgerüst dann umstrukturiert. Sie haben dann angefangen, sogenannte Daddys, das sind Leute, die mit Sass spielen, mit so einem Art Gitarreninstrument. Die haben sie dann angefangen zu huldigen. Dann haben sie die Moscheen transformiert in Gems. Ja, das sind dann solche Orte, wo Männer und Frauen zusammenkommen und dort religiöse Lieder, spirituelle Lieder singen. Aber gleichzeitig haben sie aber auch nicht die Scharia akzeptiert oder auch nicht den Koran. Und haben gesagt, ja, der Koran wurde ja von Osman gefälscht und deswegen glauben wir nicht mehr daran. Und die Aleviten sind eine recht tolerante Gemeinschaft, die kaum noch Verbindungen zum Mainstream-Islam haben. Sowohl zum sunnitischen als auch zum schiitischen Islam keinerlei Verbindung mehr besteht. Ja, und der Aufsitz der Aleviten, das Bektashi-Orden ist heute in Albanien. Das wurde aus der Türkei vertrieben und ist heute in Albanien. Die Bektasch sind auch, der Haji Bektasch, der ist auch so eine Kultfigur im Alevitentum. Aber das lag viel eher daran, wegen den Janitschanen, weil die Janitschanen waren ja Aleviten. Und die haben sich ja gegen den Sultan erhoben und wurden deswegen auch vertrieben. Somit haben sie sich nach Albanien zurückgezogen. Darf ich fragen, wer jetzt redet, weil normalerweise blinkt... Kelmendi, siehst du das nicht, oder was? Kelmendi, siehst du das nicht, wer den hat? Achso, okay, nein, weil das blinkt nicht auf und das ist komisch. Achso, nee. Sonst kann ich nicht... Genau, genau, das ist genau der Punkt. Aber ich halte die... Ich habe viel Kontakt zu Aleviten und die sind in meinen Augen schwer in Ordnung. Da ich kein Muslim mehr bin, unterteile ich nicht mehr in Religion. Ich teile nicht mehr auf, ach, der ist Schiite, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder der ist Sunnite, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich bin froh, dass ich aus diesem Irrenhaus, aus Sekten und Religionen ausgebrochen bin und die Menschen endlich wieder mit meinen menschlichen Augen betrachten kann. Das ist für mich das Allerwichtigste. Alles falsch. Du kannst ja mal in den Chat schreiben, was alles falsch war. Alles falsch, Lügner, Hetze, Rassist. Das ist eine Webseite aufgebaut, also ein Blog. Der nennt sich Religionskritik, Islam. Und da könnt ihr euch das mal anschauen. Da habe ich meine Kritikpunkte aufgezählt. Auch die fehlende Moral im Koran und die fehlende Moral des Propheten Mohammed. Ich habe verschiedene Koranverse infrage gestellt. Ich habe die Geschichte, den Aufbau des Korans infrage gestellt. Ich habe die Rechte der Frauen, diese kognitive Dissonanz, die viele Muslime haben, habe ich herausgefordert bezüglich der Frauenrechte im Islam. Das sind alles Punkte, die ich in meinem Blog erwähne. Könnte ich da kommen von deinem Profil? Dich wollte ich sowieso fragen. Ich habe auch auf YouTube einen sehr erfolgreichen Livestream. Vielleicht hast du irgendwann mal Lust und möchtest mein Gast werden. Ja, gerne, weil ich komme ja auch mit Kamera und so, mit meinem Gesicht. Ich bin ganz offen damit. Und ich mache ja auch meine eigenen Lives, weil ich möchte gerne, dass das Wort, unsere Kinder, die Zukunft. Die Zukunft sind unsere Kinder. Und solange die Kinder mit solchen Sachen im Kopf immer Angst haben für Gin, immer Angst haben für irgendeinen Gott, das geschlagen wird, immer der Angst leben und nicht die Kinder einfach Kind sein lassen, immer der Unterschied, oh, das Mädchen hat Kopftuch, nein, da kann ich nicht hingehen. Die Jungs, nein, ich darf nicht damit spielen. Halal, Haram. Das sind kleine Kinder und ich möchte gerne so als eine erfahrene Frau, und ich weiß, was ich sage, und ich habe, ich kenne ja auch meine Vergangenheit, ich weiß, ich habe keinen schlechten Vergangenheit, wo man sagt, okay, die ist eine Hura und so, und die will jetzt nur Spaß haben und deshalb hat sie die Islam verlassen und so. Wir wollen Haram machen. Genau, das ist gar nicht mein Werk. Ich lebe eigentlich genau das Gleiche wie vorher, nur halt kein Kopftuch mehr. Yamna, kurze Frage, ganz kurz, kennst du Sabatina James? Sorry? Sabatina James, kennst du sie? Nein. Google mal nach hier oder auf YouTube, weil sie war früher auch sehr aktiv. Ich schreibe mir das auf, weil ich habe eigentlich immer... Eine Pakistanerin, die den Islam verlassen hat. Eine Pakistanerin, die den Islam verlassen hat. Yamna, wenn du später gelegentlich hast, schieb mir mal eine private Nachricht und dann würde ich dich gerne in meinen Livestream einladen. Gerne, das wäre kein Problem. Bei mir gucken in einem Durchschnitt 700 bis 1000 Leute zu, während ich im Livestream... Sehr schön, ja, gerne. Du hast ja eine Frage gestellt, Leute, eine Frage, wenn ich... Ich gucke mein Deutsch ein bisschen so, aber ich hoffe, bis jetzt habt ihr nicht alles verstanden. Und falls nicht, ich möchte keine hier verletzen. Nein, nein, dein Deutsch ist genau. Freunde, ich muss irgendeinen von euch rausnehmen. Kian, ich möchte raus, ich habe nur eine Frage, ich will dann raus, bitte. Ich muss auch, ich gehe auch raus, Kian, weil... Kian, darf ich eine Frage stellen? Wer spricht jetzt? Wer spricht jetzt? Mentor, Mentor. Ja, bitte. Du, ich habe eine Frage, dann möchte ich auch raus. Der Islam besagt ja, dass vor den Menschen hier Dschins gelebt haben. Gibt es da irgendeinen historischen Beweis, dass vor Menschen auf der Erde Dschins gelebt haben? Oder hat jemand darüber gesprochen? Gibt es irgendeinen historischen Beweis für die Existenz Mohammed? Gibt es irgendeinen historischen Beweis, dass Gott existiert? Gibt es irgendeinen Beweis, dass Engel existieren? Das Djinn und Shetan und Iblis und all diese diabolischen, dämonischen Wesen. Wenn du heute einen Muslim fragst, beweise mir Shetan, dann sagen sie, steht im Koran. Das ist aber ein Zirkelschluss-Argument. Niemand kann mir heute beweisen. Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, wenn ich darum gefragt habe. Die Frage also, ob ein Djinn existiert, ist genauso leer wie, gibt es den Teufel? Gibt es Iblis? Gibt es dämonische Wesen? Gibt es Engel? Beweis mir, dass es Engel gibt. Ich habe nach diesen Beweisen gesucht. Ich habe mit vielen Muslimen debattiert. Und ich sehe keinen Beweis dafür, dass Engel oder Dämonen oder sonst irgendetwas existieren. Deswegen heißt es ja auch Glaube. Du kannst mir auch nicht beweisen, dass Jesus über Wasser gelaufen ist. Das ist ein Glaube. Das ist dein Persönlichkeit. Nein, das ist nur ein Beweis vom Alten Testament, dass der Geist Gottes über Wasser gelaufen ist. Ja, es ist dein Glaube. Richtig, richtig, richtig. Nur weil ein Buch das sagt, ist das kein Beweis. Leute, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich leben wir in einer freien Europa. Danke dir, mein Freund. Danke, dass du da bist. Gottes Segen. Dankeschön. Ich wünsche dir, dass Jesus Christus sein mit euch allen. Tschüss, meine Freunde. Bitte auch. Ciao, ciao. Das sind ja auch alles Instrumente des Islames, die bewusst genutzt werden, um die Leute einzuschüchtern. Hölle, Dschins, Horrorgeschichten. Ich meine, das ist ja Teil des Kreislaufs. Die Religion arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche. Genau. Ich glaube, wenn der christliche oder der muslimische Gott arbeiten, sie halten dir eine Pistole an den Kopf. Also der Gott, der Christen und der Muslime halten dir eine Pistole an den Kopf und sagen, lieb mich oder geh in die Hölle. Genau. Und jetzt ist die gleiche Frage, die ich vor einer Stunde hatte. Wie lösen wir das Problem hier mit den Leuten, die wir aus diesem Film nicht mehr rausbekommen? Richtig. Was macht man mit denen? Richtig. Also ich bin ja für eine große, ich bin ja für Remi. Du kannst nicht, einer hat abschieben gesagt, das ist ja das Problem, du kannst nicht einfach alle abschieben. Manche davon sind wahrscheinlich gar nicht Abschiebungs... Also wir können zum Beispiel das Abkommen von Dublin, das Asylabkommen von Dublin umsetzen. Gleichzeitig können wir auch unsere eigenen Asylgesetze umsetzen. Unsere deutschen Asylgesetze haben gesagt, dass vorübergehend Menschen bei uns Schutz suchen können, bis ihre Heimat befriedet ist. Und dann müssen sie gehen. Und wenn wir die Asylgesetze, nur die geltenden deutschen Asylgesetze umsetzen könnten, dann könnten wir 1,5 Millionen Syrer nach Hause schicken. Dann könnten wir Hunderttausende von Iraker, die es mittlerweile nach Deutschland geschafft haben, nach Hause schicken. Und wir könnten die Afghanen wieder nach Hause schicken, weil die Taliban haben Afghanistan befriedet. Syrien ist befriedet und der Irak ist befriedet. Wir könnten theoretisch, wenn wir die geltenden Gesetze anwenden, über kurz oder lang, über einen längeren Zeitraum enormen Frieden und Stabilität in Deutschland wieder zurückgewinnen, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Wirtschaftsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Es ist möglich. Und das Dubliner Abkommen sagt, dass Leute, die durch drei Staaten nach Deutschland kommen, nicht in Deutschland Asyl beantragen dürfen. Die müssen zurück, da wo sie erstmals einen sicheren Ersthafen erreicht haben. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ihre Fluchtrouten, ihre Balkan- und Schweizer Fluchtrouten durch ganz viele europäische Länder laufen, wo sie bereits Asyl beantragen könnten, aber nicht tun, weil sie wissen, dass wir ein Magnet, ein attraktiver Markt für die Asylindustrie sind. Sie kommen zu uns. Und im Grunde genommen, nach dem Dubliner Abkommen, dürften wir sie eigentlich alle wieder abschieben. Man müsste auch die deutschen Anreize abschaffen und die ganzen NGOs, die dafür noch viel werben und das durchorganisieren, dass da ein richtiger Flüchtlingstourismus quasi stattfindet. Und dann wird die gleichzeitig aber auch immer aufgedreht, dass dann leider Menschen zu Schaden kommen, was ja keiner von uns möchte. Aber das wird ja auch provoziert, wenn man die immer wieder anlockt, wie mit irgendwie so einer Süßigkeit und dann kommen die alle aufs Meer. Natürlich, die Anreize müssen natürlich abgebaut werden. Leute, ich habe wieder jemand Neues reingeholt, die Lucy. Lucy, kannst du mich hören? Ja, ja. Hallo? Okay, ja, grüß dich. Dich habe ich jetzt hochgeholt. Magst du irgendetwas sagen, was konstruktiv ist, damit wir eine Diskussion darüber beginnen können? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte also zu mir erstmal, also ich bin ungläubig, sage ich mal. Ich sehe jede Religion kritisch. Ich bin früher mal christlich gewesen. Aber beim Islam ist halt, glaube ich, die Gefahr, dass das ins Politische gehen kann. Dass man quasi dann die Scharia haben will und das gilt dann auch für mich. Das schränkt mich dann auch ein. Und das machen halt die Christen eher weniger gut, vielleicht im Thema Abtreibung. Das würde die Frauen dann auch einschränken. Aber an sich verlangen sie jetzt nicht in so eine Scharia oder irgendwas. Und was ich noch zu Jana sagen wollte, du bist eine ganz tolle Frau. Ich finde es wirklich unheimlich mutig von dir, dass du so oft verspricht. Danke schön, Liebes. Und dass du dich auch traust, weil ich kenne das ja von Ex-Muslimen, dass sie da wirklich angefeindet werden. Ich weiß nicht, ob die Lara noch drin ist. Also Lara ist ja auch eine Ex-Muslimin. Mit der mache ich auch Streams. Und da wird sie auch oft angefeindet. Man merkt das einfach, weil es ist ja auch so, soweit ich weiß, die ausgestiegen sind. Die sind ja die Christen gefahren. Wenn Scharia jetzt herrschen würde, würdet ihr, glaube ich, die drei Möglichkeiten haben. Zurückkommen, sterben oder auswandern. Also aus dem Stadt raus. Oder Kamilurin trinken. Die wären noch schlechter dran als ich als Agnostikerin oder Atheisten oder irgendwie Christen. Ja. Ich danke dir, Liebes. Das ist sehr lieb. Darf ich was fragen hier? Ja. Ob das jetzt. Lucy, darf ich fragen, was, also, weißt du, Christ ist nicht gleich Christ, sage ich mal. Philipp, wo ist ich dich, in welche Richtung du gehst? Ja, stimmt schon. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich habe als Muslim auch gedacht. Ich konnte nicht drei Sätze sagen, ohne dass ich nicht zwei Leute dafür einladen wollte, zum Islam. Und ich verstehe das. Du glaubst, dass das Christentum die Wahrheit ist. Und du möchtest gerne andere Menschen dazu aufrufen, dieser Wahrheit zu folgen. Und das ist auch gut und schön so. Und ich gönne dir das, aber ich kann es dir nicht auf meiner Plattform gönnen. Ah, okay. Ja, und das war ich. Ich bin nicht antichristlich. Ich finde, Jesus, wenn er heute gelebt hätte, wäre ein cooler Hippie. Ja. Er hat Dinge getan, die er sich nicht im Traum hat einfallen lassen. Ja. Er hat diesem Römer da wieder das Ohr mystisch angenäht. Und er hat sich mit den Zinswucherer hingesetzt und hat sie nicht verteufelt. Er hat Maria vor der Steinigung bewahrt und so weiter und so fort. Er hat coole Sachen gemacht. Und wenn ich mir die Bergpredigt anhöre, die Bergpredigt ist richtig cool. Ich mag die Bergpredigt. Aber trotzdem, in einem Punkt ist der Islam und das Christentum identisch. Und das ist die Art und Weise, wie sie auf die Menschen einwirken. Oh, wenn du nicht zu Jesus kommst, bist du verloren. Dann kommst du in die Hölle. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Dieses Schuldeinreden, wenn du nicht Jesus erkennst. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit den Christen auseinandergesetzt habe. Ich habe viel Kontakt mit Christen in letzter Zeit gehabt. Und sie reden sich um Kopf und Kragen und verstehen nicht, dass ich einfach nicht in Jesus das sehen kann, was sie sehen. Und dann kommen sie am Ende dann mit ihrer hoffnungslosen Keule. Ja, wenn du Jesus nicht erkennst, dann bist du in der Verdammnis. Dann bist du ein Sohn der Finsternis und hast dich Lucifers Armee angeschlossen. Und das ist Einschüchterung. So zieht man die Schäfchen stramm. Ja, und deswegen nutze ich mein Privileg als Atheist und genieße es, dass ich in alle Richtungen freidenken kann. Aber wenn Jesus nicht gesagt hätte, niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann hätte ich großen Gefallen an der Figur Jesus gehabt, ohne jetzt unbedingt gläubig zu werden. Aber das hat Mohammed ja auch gesagt. Oder beziehungsweise das behauptet ja auch der Islam. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Das heißt, nicht Jesus ist sein Prophet, nicht Moses ist sein Prophet, ich bin der Prophet. Und wer immer einem anderen Idol folgt, der ist verloren. Und das sagt das Christentum auch. Wer Jesus nicht folgt, der ist verloren. Und ich mag diese absolutistischen Ansprüche nicht. Und die stoßen mir unempfindlich auf, weil ich 30 Jahre lang als Muslim immer nur das auch zu anderen gesagt habe. Wenn du nicht Muslim wirst, sorry, gehst du in Jehendem, dann wirst du gebraten, dann trinkst du Sarkun, dann trinkst du die Eiterflüssigkeit, deine Haut wird abgezogen, du stirbst, stehst wieder auf, stirbst, stehst wieder auf. Ich erwarte von einem Gott, dass er ein bisschen besser ist. Ich habe mal eine Frage. Also, lass mich mal ganz kurz, kann ich nochmal kurz? Kann ich nochmal kurz? Ja, also das war auch der Grund für mich, dieses Absurdistische und die, die vielleicht nicht Jesus angenommen haben, aber gut sind die Landen in der Hölle, dieses Ähnlichkeit zum Islam. Aber auch eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich nicht vereinbaren konnte mit Dingen, die in der Bibel stand, die aber auch im Koran stehen. Und auch, dass das teilweise auch in der Bibel steht, die Frauen sollen sich unterordnen den Männern. Gut, das gilt jetzt nicht für die Gesellschaft, aber für die Partnerschaft und das war für mich der Grund, wo ich das mit meinen Vorstellungen, wie sowas funktionieren soll, nicht vereinbaren konnte. Ja, genau. Okay, ich danke dir, Kian. Ich habe eine Frage an Kael Mendy. Und zwar... Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Jemand hat gerade gesagt, ich danke dir. Will jemand den Raum verlassen? Ja, ja, ich, Philipp. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und ich habe das wirklich gut gefallen, was du das mit dem Stürzenberger da gemacht hast. Philipp, ich danke dir recht herzlich. Und trotz meiner religionskritischen Haltung, wir sind Brüder in der Menschheit. Richtig. Und ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und Gottes Frieden. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, Kael Mendy. Entschuldigung, bevor wir weitermachen. Entschuldigung, Lucy, ich hatte auch der Yamna das angeboten. Ich habe ja auch einen Livestream auf YouTube, recht erfolgreich, auf zwei Kanälen. Und falls du Interesse hast, mich zu kontaktieren, dass wir mal einen Livestream zusammen machen, dann kannst du ja mal gerne auf meine Plattform kommen. Okay, danke. Ja, einfach mich anschreiben hier auf TikTok. Ich würde, weil du dich auch auskennst, kannst du mir das nochmal erklären? Gerne. Wie würde mein Leben als Atheistin oder Agnostikerin oder auch vielleicht für die, ja für Christen, ich glaube, die sind da besser gestellt, aber ich sage mal so für Atheisten und Agnostikern oder Menschen, die nicht Christentum und Judentum angehören, aussehen, wenn die Scharia kommen würde? Für mich persönlich. Würden da auch die Gesetze gelten mit Ehebruch? Oder auch für Homosexuelle und sowas? Also wie würde sich unser Leben verändern? Natürlich. Also für mich gilt die Scharia. Natürlich, für jeder gilt die Scharia. Würdest du dich zum Judentum oder Christentum bekennen? Eine Sekunde. Wenn du dich zum Judentum oder Christentum bekennen würdest, dann würde die Olamar oder die Schuyur, die Gelehrten würden dann darauf bestehen, dass du nach dem jüdisch-christlichen Gesetz beurteilt wirst. Wenn du Atheist bist, dann fällst du selbstverständlich unter der Scharia-Doktrin. Und in einer islamischen Gesellschaft sind Agnostiker oder Atheisten nicht vorgesehen. Das heißt, wenn du es versteckst, dann passiert gar nichts. Dann kannst du alle Ämter begleiten und alles geht seinem Gang. Aber in dem Moment, wo du dich outest, wirst du zu einem Problem für eine Scharia-geführte Gesellschaft. In dieser Gesellschaft würde man dir keinen Posten als Richter geben, würde man dir keinen Posten als Präsident geben. Du dürftest keine höheren Ämter begleiten und du würdest wahrscheinlich auch diskriminiert werden. Im Iran haben das Mullah-Regime tatsächlich es geschafft, an die Fleischereien von Christen Poster zu hängen, wo draufsteht, Leute, das ist Fleisch, das nicht islamisch geschlachtet ist, das sind Christen. Passt also auf, wo ihr euer Fleisch kauft. Das ist die Realität im Iran. Und du hättest viele Nachteile, weil der Atheismus, du bist der typische, oder anders gesagt, du bist der typische Protagonist, Antiprotagonist zum Islam. Dich darf es nach der islamischen Doktrin nicht geben, denn du bist ein Gottverleugner. Du akzeptierst die Existenz Gottes nicht, du akzeptierst nicht die Prophetenschaft und nicht den Islam. Ja, du bist faktisch das Antimodell zu einer islamischen Gesellschaft. Und deswegen muss die islamische Gesellschaft mit dir dealen. Wenn du also anfängst, in einem Scharia-geleiteten Staat zum Beispiel deinen Atheismus zu promoten, dann würdest du wie zum Beispiel im Iran, im Iran gibt es ein Gesetz, das nennt sich Krieg gegen Allah und seinen Gesandten. Und darunter fallen dann zum Beispiel so Sachen wie den Atheismus zu promoten oder auch das Sunnitentum zu promoten. Also ich dürfte da auch nicht darüber reden, öffentlich, oder? Ich dürfte öffentlich oder... Weil du würdest fesse Art... Oder du würdest eine Scharia, also du würdest verkauft oder du würdest gekauft oder du wirst eine Sklavin. Auf jeden Fall. Also eine Frau darf sowieso keine Rechterin werden oder eine Polizistin oder eine Lehrerin oder eine Fahrerin. Lehrerin auch nicht? Auch nicht, natürlich nicht. Eine Frau, solange da Männer... Also sie darf studieren, wenn keine Männer sind. Sie darf arbeiten, wo keine Männer sind. Sie darf Doktor werden, wo keine Männer sind. Aber sie darf nicht entscheiden. Und wenn sie ein Doktor wird, dann muss sie akzeptieren, vom Biolog her, dass die Frau kein Wasser hat, das aus ihrer Brust kommt, aber aus ihrer Gebärmutter. Und das heißt Schirk? Ja, Kelmendi, wie findest du das? Klingt super, oder? Das sind deine Werte, Kelmendi. Also das sind die muslimischen Frau. Und müsste ich auch nicht verhüllen? Du als nicht-Muslimin hast nicht mal das Recht, um irgendetwas zu sein. Also du darfst nicht mal bezeugen. Du darfst nicht mal eine Zeugin sein. Auch wenn du das gesehen hast, dass dein Nachbar irgendwas gestohlen hat und andere haben gesehen, dass du das auch gesehen hast, trotzdem darfst du nicht bezeugen. Das darfst du nicht. Weil hier noch mal eine Frage, ob ich lesbisch bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin nicht dafür, dass jemand für seine Sexualität irgendwie bestraft wird. Soll jeder leben, wie er will. Das geht mich nicht an. Selbstverständlich, selbstverständlich. Also ich kann mir jetzt die Spiele mal ausreden lassen. Ich bin der Moderator und ich möchte bitte, dass ihr ein bisschen das unter Kontrolle habt, wie ihr miteinander redet. Deswegen lasst mich bitte diesen Stream hier moderieren. Das ist ja sehr angenehm. Der Warmann hatte gerade den Kelmendi eine Frage gestellt. Warmann, kannst du diese Frage noch mal wiederholen? Genau, Kelmendi hast du zugehört, was jetzt hier in den letzten paar Minuten gesprochen wurde. Und ich wollte dich fragen, das findest du gut? Das sind deine Werte? Dafür stehst du? Das wollte ich auch fragen. Genau das Gleiche. Wie kannst du das vereinbaren, Kelmendi? Das war genau die gleiche Frage. Naja, vielleicht findest du das ja gut. Wie stehst du dazu? Glaubst du, ein allmännliches Wesen hat das so gewollt? Ja, natürlich. Sonst wäre ich...